Herzlich Willkommen zu einem etwas anderen Video von mir, nämlich das Let's Advent. Das Let's Advent ist eine kleine große Special-Aktion, an dem ich vorhabe, jeden Tag ein Video hochzuladen mit einem Spiel. Das kann ein Spiel sein, was ich ernsthaft sehr mag und gerne vorstellen möchte. Das können aber auch etwas in Richtung Let's Trash sein. Es sind viele tolle Spiele dabei, es sind viele einfach nur Spiele dabei, wo man drüber schmunzeln, lachen und alles mögliche kann. Ich finde es eine tolle Aktion, es ist wahnsinnig toll. Ich werde natürlich nicht hier jeden Tag eine Stunde allein reden. Ich habe ganz viele Leute eingeladen, habe schon von sehr vielen eine Zusage, bin schon fleißig am Aufnehmen, am Organisieren und alles. Ich hoffe, euch gefällt es einfach. Hier einfach mal so etwas anderes, ein Let's Advent, mal die 24 Tage vor Weihnachten, jeden Tag ein anderes Spiel, eine Stunde lang. Spaß, Action, Spannung. Und ich hoffe, es gefällt euch einfach. Ich finde es alles eine gute Idee und ich werde hier einmal mit einem Spiel eröffnen. Das nennt sich Emergency Fear, Global Fighters for Life. Und zwar ist das ein Spiel, das, ähm, es gab eine ganze Serie zu dem Spiel, Emergency 1, 2, 3, 4 und Emergency 2012. Emergency 3, äh, Emergency 1 und 2 waren damals ein, ja, mehr oder weniger gutes Spiel. Emergency 3 hat dann richtig Durchbruch geschafft sozusagen und Emergency 4 wurde ein richtiger Klassiker unter den Rettungssimulationen. Also, es wurde sehr oft verkauft, es gibt eine riesen Modding-Gemeinschaft, wo ich übrigens auch mal lange Zeit dazu gehört habe. Es ist einfach viel, es gibt Mods ohne Ende, aber ich habe mich entschieden, ich arbeite mit dem Originalspiel ohne irgendeine Mod. Und zwar werde ich mit euch heute einfach mal die Kampagne durchspielen. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, aber eigentlich ist es ein tolles Spiel und man kann schon was machen. Und wenn ich dann auch irgendwie den richtigen Senf zugebe, dann wird es bestimmt eine tolle erste Stunde hier beim Let's Advent. Und ich würde sagen, wir legen einfach gerade mal los. Dazu schalte ich hier nur noch kurz den Ton an. Also, den Sound. Ich hoffe, vom Ton passt es einigermaßen. Ich konnte jetzt hier nicht viel testen, da ich eben, wie gesagt, 24 mal eine Stunde aufnehmen muss. Also, daher sehr, sehr in Zeitnotrad bin, da das Ganze noch vier Stunden gerendert werden muss. Das muss stundenlang auf YouTube hochgeladen werden. Alles Mögliche. Also, da ist echt viel Action dabei und ich hoffe, ich schaffe es jeden Tag. Auf jeden Fall, wir legen jetzt mal los mit der Kampagne. Das ist einfach, ich habe die Deluxe-Version. Da gibt es noch drei Karten, die habe ich allerdings noch nie geschafft. Also, ich mache einfach mal eine neue Kampagne. Ja, ich möchte eine neue Kampagne starten. So, wir starten gleich mit einem kurzen Tutorial. Das ist wirklich ein sehr kurzes Tutorial, aber es wird eigentlich alles erklärt, was man so braucht. Und ja, der Ladebildschirm. Also, ich muss sagen, es ist ein Spiel, was sehr toll ist. Es gibt sehr viele tolle Modifikationen, wo die KI und alles noch viel besser wird. Es ist jetzt nicht die Top-Grafik, es ist jetzt nicht die Top-KI, aber es macht einfach Spock. Man kann es im Multiplayer spielen. Moment, ich wechsle auf Kanal 15. Ja, beginn. Okay. Hallo und willkommen im Team. Ich bin Ihr neuer Supervisor. Ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten. Von mir erhalten Sie Ihre Einsatzbefehle. Außerdem bleibe ich während des Einsatzes mit Ihnen im Kontakt, um Sie bei Bedarf mit Informationen zu versorgen. Bevor Sie Ihren ersten Einsatz absolvieren, sollten Sie sicher sein, dass Sie mit der Technik einwandfrei vertraut sind. Wenn Sie den Trainingskurs machen möchten, klicken Sie auf Training. Wenn Sie auf Überspringen klicken, lassen wir Training Training sein und gehen gleich in die Vollen. Wir lassen mal Training nicht Training sein. Und wir machen einfach mal das Training, damit ihr ein bisschen in die Steuerung mit reinkommt. Ihr müsst es nicht steuern, aber ich finde es immer schön, wenn man ein bisschen auch erfährt, wie das Spiel funktioniert. Der würde jetzt ganz viel faseln und alles. Und ich würde sagen, ich überrede dann einfach, wer es mitlesen kann. An einem oberen Bildschirmrand läuft auch alles durch, was man so erzählt. Aber ich kann, wenn ich jetzt immer die Schnauze halte, wenn der irgendwas erzählt, dann könnte ich einfach auch nichts sagen. Jeder Einsatz stellt Sie vor vielfältige Aufgaben, die je nach Einsatzverlauf wechseln können. Okay, ab und zu werde ich bestimmt Ihnen auch mal was reden lassen. Also im Prinzip, es gibt die vier großen Einheiten. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Technische Hilfe. Und wir sehen hier eine Liste aller Quests, also Aufgaben, die wir machen müssen. Und wir fangen mit der Steuerung an. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Gerade weil man auch noch, dass man an die Ränder fahren muss. Schau, jetzt kann man einfach hier sich bewegen. Ist jetzt nicht der Spannende, aber schauen wir uns mal ein bisschen um. Also weit kann ich ja noch gar nicht. Hier haben wir scheinbar die Hauptbasen des Training Centers, wenn ich das richtig sehe. Und wir können die Ansicht auch drehen. Es gibt auch Mods, womit man wirklich in alle Perspektiven und alles anzeigen kann. Aber da habe ich jetzt nichts drauf. So, jetzt können wir hier auch noch hin und weg zoomen. Das ist sehr begrenzt im Bewegungsfreiraum, aber das ist uns jetzt aktuell erst egal. Wir starten hier an einer Feuerübungstelle, mit dem sich Brandsimulator, wie unser netter Supervisor hier gerade über Funk sagt. Genau über Kanal 15 war es, glaube ich. Wahrscheinlich sage ich jetzt was Falsches. Auf jeden Fall, wir bestellen uns hier jetzt einen Feuerwehrwagen. Und zwar einen ganz normalen Rettungswagen. Rettungswagen, Rüstwagen natürlich. Jetzt fährt er hier her. Das braucht einen Moment. Hier sehen wir schon das Feuerwehr. Hier gibt es die Tranten. So, Post 1. Dann kommen wir zu dem Punkt, wo die Fahrzeuge immer sind. Ich mache das jetzt schon halbwegs im Tutorial. Jetzt bringe ich das einfach hier hin. Ja, 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 ja. So, jetzt kommt das hier angedüst mit Tatüt-Tatar. So, jetzt wählen wir einen aus. Klicken Sie auf das linkende Symbol mit dem Feuerwehrschlauch. Wie gesagt, ich habe das Spiel sehr lange und sehr häufig gespielt. Deshalb werde ich jetzt am Anfang noch etwas langsam spielen, aber ich denke, ich werde schnell wieder reinkommen. Ich habe es jetzt in letzter Zeit nur noch sehr selten gespielt. Sie können die meisten Befehle auch ohne die Aktionsleiste geben, indem Sie das Zielobjekt mit der rechten Maustaste anzeigen. Genau, und wir löschen hier jetzt einfach mal den Brand. Also, Emergency 2012. Der Nachfolger von dem Ganzen. Bisschen bessere Grafik. Aber ich fand den nicht mehr so toll. Der war total verbuggt und alles. Und vielleicht kommt da ja auch noch was zu. So, wir haben jetzt hier das Feuer gelöscht. Deshalb nehme ich den Schlauch wieder vom Hidranten ab. Alles klar, den Schlauch ablegen, das macht man im Prinzip fast nie. Aber wir gehen weiter zur nächsten Trainingsstation. Vorbei hier zu einem Kran, der ein Auto hoch und runter hebt. Und zwar hier an ein verrauchtes Gebäude, wo noch eine Person drin liegt. Nun zur nächsten Station auf dem Trainingsgelände. So markieren kann ich es noch nicht. In diesem Gebäude hier befindet sich eine verletzte Person. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Also hier drin ist eine verletzte Person, die es verraubt und es vorklemmt. Deshalb haben wir hier schon Techniker und Feuerwehrmann. Und wir werden dann wahrscheinlich gleich noch den Rettungsdienst dazu rufen. Und beachten Sie unsere Grundregel. Was auch immer Sie tun, schützen Sie zuerst Ihre Einsatzkräfte. Jawohl, immer Einsatzkräfte schützen. Wenn die sterben, ist nicht so gut. Gibt, glaube ich, aber nur Punktabzug und man schafft Dimensionen trotzdem. Ist mir aber, glaube ich, noch nie wirklich passiert. So, jetzt kommt hier schon der... Lassen Sie die Einsatzkräfte aus dem Rettungstransportraum aussteigen. Lassen Sie die Einsatzkräfte aussteigen, raus hier. Ja, das ist für mich gar ein bisschen ungewohnt, hier keine freie Steuerung zu haben. Sondern dazu gewunden zu sein. Normal schiebe ich die anderen schon in Position. Dann wird es im Spielfluss auch etwas länger gehen. So, hier ist das Tor jetzt geöffnet. Der Feuerwehrmann, natürlich können wir da nicht mit so Leuten ohne Atem schoziieren. Das rauchende Gebäude rein. Aber Zoom geht, aber fahren darf ich nicht. So, hier haben wir natürlich nur ein Dummy. Es wurden keine echten Personen verletzt. Später aber schon. Also das Spiel wird noch richtig brutal. Ich glaube aber, es ist ab 6. Ich finde jetzt hier bei näherer Umgebung leider die Hülle nicht. Sonst könnte ich da noch ein bisschen was zum Spiel erzählen. Schade. Hätte ich mich mal ein bisschen vorbereiten sollen drauf. Legen Sie die verletzte Person bzw. den Dummy nicht. Okay, wir müssen die verletzte Person ablegen. Und dann kommt hier der Notarzt. Notarzt. Was nicht? Und behandelt den Dummy. Beachten Sie die Lebensenergieanzeige des Patienten in der Infoleiste am unteren Bildschirmrand. Wie gut, äh, die Person im Spiegel ist. Jetzt könnten wir schon mit dem Hubschrauber abholen und dann gleich auch mit. Und nicht komplett aufgefüllt. Der Patient ist schwer verletzt. Und nicht transportfähig. Ja, mittlerweile. Im Verlauf der Behandlung durch den Notarzt, bitte rote Energiebalken des Patienten wieder aufgefüllt. Und der Verletzte wird wieder transportfähig. Hör mal auf, rufen zu labern. Ich habe doch alles schon erklärt. Meine Güte. Habe ich doch gerade gesagt. Kannst du mir nicht zuhören oder was? Musst immer selber labern. Und muss der Verletzte abfaktiert werden. Wählen Sie das Sanitäterteam aus. Ja, okay. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dummy. Hier steht auch so ein technisches Hilfefahrzeug. Technisches Hilfswerk ist es. Befördern Sie den Dummy in den Rettungstransportwagen, indem Sie mit der rechten Maustaste den Rettungstransportwagen anklicken. Ja, und dann. Also das ist jetzt, das Tutorial ist alles noch etwas langsam hier. Ja. Wählen Sie den Notarzt aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Rettungstransportwagen. Notarzt ausgewählt und ab geht's nach Hause. Und wir gehen zur nächsten Station, wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Unfallsimulation. Ah, hier proben Sie das Aussteigen aus Massen, Massenflugzeugen. Ah, es ist eine Geiselbefreiungsaktion. Hier, Schussaction. Okay, das hier ist die letzte Station auf diesem Übungsplatz. Was, die letzte? Wir simulieren hier eine Geiselnahme im Inneren eines Gebäudes. In einem echten Einsatz würden Sie zunächst einen Profiler mit dem Geiselnehmer verhandeln lassen. Ja, wir verhandeln nicht. Wir schießen nur, das ist doch klar. Wir schießen nur, das ist doch klar. Klären Sie zunächst die Situation im Inneren des Gebäudes. Das Tutorial war in Emergency 3 war ein bisschen schöner, weil da ist wirklich eine Pappschablone hier die Straße lang gefahren und man hat sich hinter dem Auto verbarrikadiert und von da geschossen. So, wir haben jetzt hier nur ein Video von dem Geiselnehmer. Klicken Sie die Auswahl der beiden Einsatzkräften. Wählen Sie nun den Schützen aus. Schützen, dann tun wir hier die Blendgranate hier vorne hinwerfen. Anschließend mit der rechten Maustaste auf die blinkende Markierung vor der Leinwand. Dann ist er jetzt, wenn die gleich exaktiert, geblendet. Nach der Explosion der Blendgranate ist der Geiselnehmer eine kurze Zeit lang verwirrt. Wählen Sie jetzt den Scharfschützen aus. Lassen Sie den Scharfschützen zielen. Dann tun wir hier zielen und... Schalten Sie ihn mit einem Rechtsklick aus. Schalten Sie ihn mit einem Rechtsklick aus. Das ist ja auch mal eine coole Bezeichnung dafür, dass das Spiel ab 6 oder 12 ist. Viel Erfolg. Mich ärgert es jetzt, dass ich das gerade gar nicht da habe. Ich habe hier lauter Spiele, wovon die meisten auch noch drankommen. So, unsere erste Mission. Wir haben einen regnerischen Tag und hier wird scheinbar an einer Kirche gebaut. Aber die haben scheinbar nicht beachtet, dass man auch manchmal einen Zahn aufstecken soll. Da kommt ja auch noch ein Rechtsklick. Jawohl, und ich schreie hier wie noch mal was, um das Ganze zu übertönen, diesen ganzen Lärm. Wir kriegen das gerade auch im Hintergrund erklärt. Ich hoffe, das von den Geräuschen passt einigermaßen. So, ja, Vorsicht, Kirchturm und Baugerüst sind stark beschädigt. Es bestätigt die Gefahr eines weiteren Einbruchs. Das ist alles sehr schön so. Es gibt Verletze im Einsatzgebiet. Brauchen wir Rettungsdienstfahrzeuge. Zack. Ich hätte... Wir brauchen zwei. Das sieht man... Das wollte ich nicht. Ich wollte die da hinschicken. Fahrzeug eingetroffen. Na, ganz toll. Die fangen wir gerade ab, wenn die hier gerade... Komm, hier her. Ich soll nicht da reinfahren. Hallo. Draußen bleiben. Du blockierst da alles. So, jetzt steigen hier alle aus. Und der erste geht mal rein. Neben dem Sockel. Das ist der hier. Ja, habe ich doch gerade draufgeklebt. Wird gemacht. Scheinbar hat da meine Mausgarten ein bisschen Probleme. So, da brauchen wir noch einen Feuerwehrmann, um das Ganze wegtransportieren. Also hole ich mir hier mal einen voll ausgewisstenen. Von der verletzten Person weg. Jawohl. Einer unserer Feuerwehrmänner sollte es eigentlich schaffen, den Balken da wegzuziehen. Fahrzeug eingetroffen. So, wie geht's dem hier? Der ist schon transportfähig. Wir müssen hier schnell handeln, weil das Ganze hier ist sehr einsturzgefährdet, so wie das aussieht. Und das Combine-Merge sieht durchaus auch mal vor, dass da dann irgendwie was einstürzt. Und dann ist halt schlecht, wenn noch wer drunter steht. So, da drüben brennt auch noch was. Das sollte man hier gerade löschen. Aber da reicht ein normaler Feuerlöscher. Ja, als ob da gleich noch ein Teil rausfällt. Alles klar. So, und den anderen holen wir da. Der hat einen Feuerlöscher, der soll hier löschen gehen. Der holt hier noch Shit. Und wir haben die Männer noch drin stehen. Wir haben eine neue Situation. Ja, aber der muss jetzt trotzdem hier geholt werden, dann sehr ist... Der kommt mal... Also meine Maus hat gerade irgendwie im Moment ein paar Probleme. Der hier rechts braucht gleich Unterstützung, sonst fackelt uns hier alles ab. Boah, ich bin jetzt so die... Ich hab jetzt ein paar Mal Sims gespielt. Jetzt bin ich so die Sims-Steuerung gewöhnt, dass ich hier immer versuche zu ziehen. So, jetzt leg ich ihn ab. Ablegen. Ab. Also irgendwie hat meine Maus gerade Probleme mit dem Rechtslicht. Das ist natürlich bei einem Spiel, wo man das so oft braucht, ein bisschen blöd. So, der löscht hier eifrig. So, der löscht hier eifrig. Das können wir eigentlich mal unterstützen. So, du hier ablegen. Sie haben alle Brände gelöscht. Sehr gut. So, wir haben alle Brände gelöscht. So, dann den hier rein. Den Notarzt habe ich, wenn ihr euch erinnert, da gerade schon reingeschickt. Und dann können wir den ersten heimschicken. Dann haben wir hier aber einen Verletzten. Dazu legen wir mal das Objekt ab. Also das mit der Rechtstaste ist ein bisschen blöd, dass sie jetzt nicht funktioniert ordentlich. Gut, dann brauchen wir noch einen Rettungswagen. Und der hier sollte soweit transportfähig sein. Genau. Man sieht schon, ihr seht schon, da braucht man, also es ist, das ist ja jetzt noch hier die Einstiegsmission. Sprich, das geht hier noch alles einigermaßen. Aber das wird noch, das wird noch komplizierter. Also wenn man dann dann so richtig viele Leute hat, die hier irgendwo alle am Apo-Grund hängen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie weit wir kommen, weil ich nehme hier jetzt schon 20 Minuten auf. Sprich, ein Drittel habe ich jetzt allein durch Quatschens Tutorial und die Hälfte der ersten Mission verbracht. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir kommen. Wenn euch das Spiel gefällt, wenn euch irgendein Spiel gefällt, der Let's Advents Serie, und schreibt doch einfach drunter, hey, davon könntest du ein Let's Play machen, das wäre doch cool. Und wenn das ein paar machen, oder kommt drauf an, wenn keiner was dagegen hat, dann mache ich da durchaus mal ein Let's Play von. Also, das Spiel hier habe ich oft gespielt, da kenne ich die Missionen schon einigermaßen. Da würde ich doch einfach sagen, das würde ich sofort... Let's Playen, so, ich glaube, wir sind fertig, oder? Aufgaben, alle Opfer abtransportieren. Da haben wir gerade das Letzte eingeladen, also zumindest mal aufgehoben. Jetzt haben wir es auch eingeladen und jetzt schicken wir den noch nach Hause. Der hat den Feuerlöscher gar nicht gebraucht. So, auf geht's. Einsteigen. Sehr gut. Sie haben ihren ersten Einsatz hervorragend bereitet. Also haben wir hier alles 100%. Ja, wir haben eine Person, also ein Feuerwehrmann zu früh geholt. Schnell und effektiv gearbeitet. Wäre aber anders auch ein bisschen stressig geworden. Genau, äh, die nächste Mission wird hier gerade geladen. Und, äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Reifenbrand. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil mir gefallen diese Intro-Videos, diese kurzen, doch. Die gefallen mir eigentlich auch hier bei diesem Spiel ganz gut. Die sind schön, schön kurz gehalten und, äh, ja, schön kurz. Das ist aber auch von der Grafik her jetzt nicht die schlimmste. Äh, ich glaub, Teil, also der, der Kran, der Fuß sah für mich echt sehr realistisch aus. Muss ich schon sagen. Also der, der, der Kran da mit dem Fuß sah für mich sehr realistisch aus. So, wir haben jetzt hier gleich nochmal so ein kurzes Video. In, die Zwischenzeit nutze ich dazu hier gerade mal meine Maus auszuwechseln. Äh, die, äh, die ja scheinbar irgendwie Probleme mit dem Rechtsklick hat. Was ich jetzt gerade ein bisschen blöd finde, weil jetzt hab... Oh. Oh, 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 oh. Okay, das ist Ihre Basis, für die Sie jetzt verantwortlich sind. Ah, wir haben noch, wir haben noch so eine Zwischenzeit. Sie werden Meldungen über vollkommenes Interstand erhalten, Unfälle, Brände, Strafgarten und so weiter. Das, äh, sollte aber trotzdem alles funktionieren. Für jeden erfolgreichen Einsatz erhalten Sie ein zusätzliches Budget, mit dem Sie Ihre Kräfte mit neuen Fahrzeugen ausstellen können. Jetzt sind wir jetzt in so einem Freistil-Tarte. Und hier kommen immer wieder, äh, Einsätze. Sobald Sie Ihre ersten Einsätze abgeschüttet haben, sollten Sie sich ein Notarzt-Einsatzfahrzeugen... Und wir, äh, kaufen uns nacheinander alle Fahrzeuge. Geld verdienen wir, indem wir Einsätze erfolgreich abschließen und... Medizinischer Notfall. Oh, ein medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Also hier kann man draufklicken. Versorgen und abtransportieren. So, wo ist die denn? Oh, die ist da drin. Ich will, ich will immer mit der rechten Maustaste ziehen. So, wir sind hier schon am Rand der Spielkarte. Komm mal. Also, medizinischer Notfall ist jetzt so das Einfachste, was einem passieren kann. Also, das ist nun wirklich keine Katastrophe. Da müssen wir einfach nur bearbeiten. Ich frage mich nur gerade, ernsthaft, wo diese, wie sie da scheinbar echt da in diesem Haus sind. Das hatte ich auch noch nie als ersten Einsatz. Bei mir lagen sie als ersten Einsatz meistens auf der Straße. Schauen wir doch mal hier dem Rettungswagen hinterher. Jawohl, jawohl, jawohl. Es gibt, ich muss, ich muss auch ein bisschen hier was zu den Mods erzählen. Es gibt da so viele Mods. Es gibt, es gibt die Winterberg-Mod, das ist eine der bekanntesten. Da hat man dann, das ist alles noch ein bisschen realistischer gestaltet. Da hat man Löschzüge, da hat man freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis. Da hat man Fahrzeuge, die aus dem Umkreis anfahren und nicht alles in einer Basis steht. Man hat mehrere Basis und man hat eine extra Einheit für Polizei. Man hat SEK-Einheiten, man hat Demo-Räumungseinheiten. Lauter so Spielereien, also Spielereien ist gut, lauter so, die das Spiel nochmal deutlich aufhören. Nein, es gibt noch eine New York-Mod, die hatte ich persönlich immer sehr oft und sehr gerne. Die hat sehr viele neue Funktionen, so Thema Geheimdienst und sowas, FBI, da Scharfschützen. So hat die nochmal, man könnte jetzt natürlich sagen, typisch Amis halt, aber halt so wirklich nochmal eine Betonung gelegt auf diese ganze Polizeieinheiten mit, was weiß ich, 20 verschiedenen Polizeifahrzeugen. Die heißt es, glaube ich, New York, Police Department heißen die genau, LAPT war die aus Los Angeles, so, der ist schon transportfähig, wenn ich hier rede. Auf jeden Fall, da gibt es dann lauter so Sachen. Es gibt richtig, richtig viel Berlin, gibt es dann Freiburg, weiß ich noch. Dann in Arbeit ist eine Autobahn-Mod, wo man Autobahn... ... äh, Rettungseinsätze spielt. So, und wir, ich würde mal sagen, wir haben dann gleich erfolgreich unseren ersten Einsatz absolviert, toll. Also im freien Spiel und das Ganze nur nach ungefähr einer halben Stunde. Das ist doch mal eine Leistung. Jawohl. So. Allgemein, so, 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 müssen wir eigentlich in Deutschland auch richtig froh sein, dass wir, überhaupt, weil wir, was wir hier spielen, die ganze Rettungsversorgung und alles, ist ja in Deutschland etwas besser organisiert, als wir das hier spielen. Und in Deutschland, glaube ich, haben die auch ein bisschen besseren Fahrstil drauf, als der, der hier gerade irgendwie quer über den, äh, linkser Kreisverkehr rast. Aber, äh, in Deutschland, dass wir so eine Versorgung haben, man kennt's auch, also, äh, in Deutschland, wenn irgendwo Rettungsfahrzeuge kommen, fahren ja erstmal alle auf die Seite und alles und da in Frankreich und wenn da ein Krankenwagen, also, wenn die Ampel rot ist, äh, da, da stehen alle und wenn da ein Krankenwagen kommt, die bleiben alle stehen. Der steht da mit Sirene einfach mal zwei Minuten, bis die Ampel wieder grün wird, also, da in Deutschland, dass wir da so eine schnelle, gute Versorgung haben. Sie sollten sich zuerst das Notarzt-Einsatz-Fahrzeug besorgen. Sie sollten sich zuerst das Notarzt-Einsatz-Fahrzeug besorgen. Achten Sie darauf, nicht, Ihr gesamtes BG auszugeben. Und wir haben einen Brandausbruch, na, ganz gut, voll. Sie brauchen nur einen Überschuss, damit Sie auch weiterhin Fahrzeuge alarmieren können. Achtung, Brandausbruch. So, wir haben einen Brand. Ah, da, da, ich hab's gesehen. Löschen Sie alle Brände. So, dann haben wir leider noch kein Tanklöschtfahrzeug. Aber wir haben so ein Fahrzeug, was sagen könnte. Bis das Fahrzeug hier kommt, das können wir hier dran suchen. Und hier ist einer. Wobei, wenn das rechtzeitig kommt, kriegen wir das auch noch mit Feuerlöschern klein. Das könnten wir auch noch mit Feuerlöschern klein kriegen. Also, ich seh grad, das fährt hier schon. Moment. Da, das fährt hier grad schon auf die Autobahn. Autobahn ist gut. Das, äh, das... Einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Kommt dieses Fahrzeug hier angefahren. Ich hoffe, das fährt mal gegen... Ich hoffe mal, das fährt hier gegen die Richtung. Fahrzeug 2. Wunder, jawoll. Was anderes wär jetzt irgendwie sehr dämlich. Okay, wir kriegen das so. Zwei Leute nehmen jetzt meinen Feuerlöscher. Und kümmern sich hier irgendwie ums Löschen. Der hier rüstet sich... Also, ich mach das mit den Feuerlöschern mal, dass wir mal eine Brandbekämpfung haben. Ich hab jetzt hier in direkter Nähe auch noch einen Brand, wie ich sehe. Und wenn die so einen Korb in der Hand haben, sind die meistens ewig unterwegs. So, ich hab hier noch... Oh, ich hab hier noch... Oh, ich hab hier noch... Ich kann mal hier ein Licht anbauen. Und ich hab hier noch eine halbe Stadt abfacke. Das wär zumindest für mich wichtig. So, dann... Komm du mit dem Schlauch mal hier runter. Und löscht das. Hier löscht. Obwohl, das geht eigentlich noch. Der hat hier gar nichts. Der kann schon wieder abbauen. Der kann schon wieder abbauen. Und da oben... So, so, zur Hilfe ein. Hier haben wir einen Vorteil. Hier haben wir die... Hydranten direkt um die Ecke. Und das Fahrzeug ist ein bisschen schneller. Also hier einmal ausrüsten mit Schlauch. Hier anschließen. Dann... Ich kombiniere so gern immer so Feuerlöscher mit... Einfach für die schnelle Brandbekämpfung. Und dann für die dauerhafte Brandbekämpfung. So, hier sind wir fertig. Sollen wir die heimschicken? Oder sollen wir da oben jetzt den Zerhilfe eilen? Ich glaub, das brauchen wir gerade nicht. Ah, schon wieder das nächste. Okay, wir nehmen jetzt die Mission an. Und ich schau nicht mehr, dass ich den medizinischen Notfall noch abmache. Und ich bin gerade mal ruhig. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Und eine Explosion. Genau, das ist das mit dem Reifenlager, was ich meinte. Da kann's gut mal passieren, dass da dann hier alles in Flammen steht. Das ist mir auch schon passiert. Wenn man einfach mal, äh, kurz zu langsam ist. Gut, ich nehm hier gern immer, äh, ein voll, äh, zwei vollbesetzte Tanklöschfahrzeuge, die ich direkt hier reinschick. Dann nehm ich mir hier von, äh, zwei oder drei, ich glaub man braucht drei, ich weiß es gar nicht mehr. Drei, die ich hier hinten hinschick. Ne, wir brauchen nur zwei, aber jetzt lassen wir's mal, vielleicht wird noch irgendwer vernetzt. Genau, wir haben hier ein paar hier dran und wir haben ein Tanklöschfahrzeug. Durch der hier fährt wir hin. Und den hier schick ich gleich hier hinten hin, weil von da kann man auch gut die Brandbekämpfung einleiten, was von vorne etwas schwieriger ist. Gut, hier sind auch schon die ersten Krankenwagen. Gut, wir können jetzt erstmal aussteigen und den hier nehm ich grad noch hier mit hinter. Das Problem ist, die, 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 die Fahrweisen hier sind nicht grad unbedingt die schönsten. Gut, also der fährt jetzt hier hin, hier alle aussteigen. Dann nehmen sich hier vier einen Schlauch oder fünf einen Schlauch. Was gibt's? Wird ausgefüllt. Fahrzeug eins hört. So, schließen hier an. Weil das ist ein Tanklöschfahrzeug, da kann man Schläuche anschließen. Was gibt's? Gut, dann rüsten wir hier auch ein paar mit Schläuche aus. Wird ausgefüllt. So, wenn ihr das alle fertig habt. Zack, zack, einer ist noch gelb. Wir anschließen. Gut, dann müssen wir das hier jetzt ein bisschen... Der soll hier anschließen. Gut, hier haben wir jetzt hier. Dann hier noch ein bisschen. Gut, das passt jetzt hier eigentlich zu, was sie hier automatisch veranstalten. Gut, dann müssen wir uns hier um den Verletzten kümmern. Ich hab' jetzt... Ich hab' jetzt... Oh, das wird... Ich brauch' noch ein Fahrzeug. Und zwar diesmal mit denen hier. Und der schick' ich hier hin. Nee, 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 ihr dürft mit Reifen lösen hier hin. Ich hab' jetzt nicht alle das Haus gewollt. Hier kommt bitte auch noch einer. Hier, achso... Hier steht noch einer unter dir. Komm' noch einer hier hinten hin. Und kannst dir auch noch ein bisschen löschen helfen. Gut, der ist gut versorgt. Die Feuerwehr, die wir grad noch gerufen haben, kommt gleich. Der hier soll bitte das löschen. Ich glaub', diese Runde wird... Außer, dass wir ein bisschen über wirklich notwendigen Budgets sind, wird nie ganz gut. So, da ins Haus müssen wir noch rein, weil da ist noch eine verletzte Person, die man hier oben an der Karte erkennt. Sprich, ich geh' hier jetzt mit Axt rein. Das Bürogebäude ist natürlich abgeschlossen. So. Hier hinten. Ja, also, wir brauchen noch zwei, genau. So, hier drinnen... ...brennt dann noch was. Dann nehm' ich mir hier grad die zwei, ich sag' den einen, rüste den mit nem Feuerlöscher aus und schick' den da rein. Der hier muss die Tür zerhacken. Der hier eilt der grad mal zur Hilfe. Der hier hilft hier beim Löschen. Da hinten gibt es noch Büroräume. Die Tür ist verschlossen. Der hier mit dem der hier muss das Objekt ablegen und den dann lehnt. Wir tun den durchgeführt. Dann fahr' ich das Auto hier grad mal aus dem Weg. Ja. Dann kommt hier einer. Fahrzeug hier. Habe verstanden. Höre. Bisschen Unterschriftung. So, dann die zwei. Hier raus. Die zwei auch hier hin. Der löscht hier noch eifrig, ja. Die löscht hier jetzt eifrig an dem einen Objekt. Gut, der hier legt ab. Der hier legt ab. Der behandelt. Der behandelt. Die zwei hauen ab. Gut, dann können schon mal die zwei mit der Trage hier rüber angemarschiert kommen. Ja genau, wo wir waren. Wir waren bei der gesundheitlichen Versorgung und bei der Notfallversorgung. Also haben alle Brände gelöscht. Ja genau. Sie haben alle Brände gelöscht. Ja genau. Also das ist ja auch Wahnsinn, dass ich meine hier in Europa, dass wir hier so, wenn du krank bist, musst du nicht selber zum Arzt oder wenn irgendwo ein Notfall ist. Die kommen wirklich in Sekunden, Sekundenschnell ist übertrieben, aber wirklich in wenigen Minuten ist was da. Wir in Deutschland hier an den Stränden mit, also an den Stränden an der Nordseekrad, wo viel Ebbe und Flut, starke Strömungen sind. Es ist komplett durchorganisiert, alles abgesichert mit DLRG, DGZS für die Seenotrettung. Es ist einfach Wahnsinn, was hier in Deutschland für eine Aktion, äh, was hier in Deutschland, ähm, woops. Fahrzeug 5 hört. Oh, äh, was hier in Deutschland für, ähm, für Aktionen betrieben wird. Zum Beispiel die Seenotretter DGZS ist, äh, komplett, äh, komplett aus Spenden finanziert. Fahrzeug 6 hört. Und, äh, was, was auch die Bevölkerung da, also, es gibt garantiert Länder, da sagen sich die Leute, also, mich betrifft das nicht. Ich, gerade ähnlich in Seenot, da spende ich nichts, aber, gerade, dass in Deutschland sowas funktioniert, dass Seenotrettung komplett aus Spenden finanziert werden kann, ist ja auch schon der Wahnsinn. Und zwar richtig mit guter Technik, also nicht hier irgendwie so, dass sie dann mit dem Paddelboot angerudert kommen, was bestimmt auch eine coole Vorstellung wäre, aber, so. So, wir haben dann gleich alle Personen abtransportiert und haben damit diese Mission bestanden und ich würde mal sagen, schnell und ein Feuer gut gemacht. Ja, genau hier das benötigte Budget ist halt, Kritikpunkt, was ich auch schon gesagt habe, was diesmal blöd war. Wir landen jetzt auch wieder, äh, auf jeden Fall wieder im freien Spiel und ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wie es jetzt hier weitergeht. Ich weiß es ja, aber, äh, also, was die nächste Kampagne ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich vermute, wir werden jetzt noch einmal freies Spiel bekommen ungefähr und einmal, ähm, ja, einmal freies Spiel und einmal noch eine Kampagne und dann vielleicht nochmal ein freies Spiel. Muss ich schauen, wie es sich mit der Zeit ausgeht. Wir haben nämlich jetzt noch so um die 20 Minuten, genau, weil wir müssen jetzt einiges kaufen und das kann im Moment dauern. Also, in eine Kampagne, also in eine Mission würde ich schon noch gern, allein, dass man da mal ein bisschen sieht, was es so alles sein kann. Ich hoffe, dass es keine Mission, die ich nicht mag. Und, äh, ja, genau, also. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und tampertieren Sie es ab. Ja. Ich finde die Musik auch immer so spannend. Ja, ähm, ich habe eindeutig, dieses Spiel habe ich eindeutig zu lange geschaut. Eindeutig. Okay, äh, auf jeden Fall kommt hier jetzt der Rettungsdienst angegraut. Okay, jetzt, also laut Musik passiert jetzt gleich wieder was. Kann mich aber auch täuschen. Manchmal wird hier irgendwie etwas komisch eingespielt. So, hier kommt auf jeden Fall, ich zoome da mal ein bisschen ran. Hier kommt auf jeden Fall der Rettungsdienst. Also es gibt auch, äh, Mods, also Winterberg-Mod zum Beispiel. Oh, ja, das ist lustig, da hinterher zu rennen. Festnehmen und abtransportieren. Ähm, wir brauchen dieses Fahrzeug. Voll besetzt. Hierher. Das markieren wir uns gleich, dass wir es aktiv haben. Und dann schauen wir, wo der lang rennt und schicken das immer schon ein Stück im Voraus. Ja, also lustig ist natürlich jetzt übertrieben, aber das ist immer ein bisschen, äh, was anderes als Feuerlöschen und Leute abzutransportieren. Ja, äh, hier kommt gerade der Verbrecher und, äh, das Fahrzeug kommt auch. Auf den Weg. So, ich glaub wir, nein. Also wir holen ihn auf jeden Fall noch ein, weil die lustiger Weise, wahrscheinlich, weil man es sonst einfach nicht schafft, ab und zu mal stehen bleiben. Sprich, ich schick den jetzt hier hin. Ding, 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 ding. Und das ist ein unbewaffneter Taschendiebstahl, sprich, der schießt jetzt nicht gleich auf uns. Das machen manche nämlich auch, die schießen dann gleich. So, wir schnappen uns die zwei Polizisten und verhaften den Jungen an, der natürlich gleich mal stehen bleibt. Hallo, verhaftet mich. Ja, aber ich prüge mich vorher noch mit euch. Okay, rein geht's und ab nach Hause. Es gibt dann die Steuerung mit ein paar weniger Klicks, die, äh, bisschen, wenn dann Notarzt steht, direkt in der Nähe eines Verletzten, wo der Notarzt dann automatisch anfängt, ihn zu behandeln. Und lauter sowas, was es noch etwas realistischer macht, weil ich glaub kaum, dass es irgendeinen Notarzt gibt, der da, da steht neben einer verletzten Person und wartet, bis sein Chef ihm Anweisung gibt. Das wäre irgendwie sehr sinnlos. So, dann haben wir jetzt beide Einsätze mal soweit abgeschlossen und warten mit Spannung, was das nächste ist. Okay. Ho-ho-ho. Der Wald ist ja hier. Da hatte ich mal einen riesen Waldbruch, wo ich ewig viele Einsatzkräfte und ewig viele Fahrzeuge brauchst hab, um den wieder in den Griff zu bekommen. Und auch wahrscheinlich ganz schön lang. Gut. Die fahren jetzt hier alle langsam nach Hause. Der fährt da unten durch, der fährt hier oben run. Und wir warten einfach mal, was als nächstes passiert. Zehntausend haben wir schon. So, kaufen. Den kaufen wir noch nicht, weil sonst leicht. Das ist leicht und gibt viel Kohle. Das ist schon cool. Jetzt handeln wir hier leicht, viel Kohle. Wo denn? Ah, in dem Haus hier. Mist. Also, dann brauchen wir einen Notarzt. Einmal den hier mit einem Mann reich. Weil so was oft die Tür verschlossen ist. Und dann kommt man nicht ran. Was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man dann die Feuerwehr extra nachrufen muss. Deshalb beginnt man da einfach so los zu gehen. Und auch medizinischer Notfall. Versorgen und abtransportieren. So was ich halt jetzt ein bisschen blöd finde. Ich werde beim anderen Spiel auch einfach mal erst anfangen. Da irgendwie das ein bisschen zu spielen. Und dann erst an einem Punkt, wo es richtig spannend wird das zu spielen. bei einer Stunde und dann irgendwie das Tutorial machen und die Kampagne habe ich jetzt hier so gemacht, aber das Spiel hier wird noch, es gibt noch Stellen, wo es spannender gibt, es gibt Kampagnen, die schwieriger sind und es macht auf die Dauer Spaß, vor allem mit den vielen, vielen, vielen Mods, die es da gibt und ja, ich sagen wir es so, ich freue, ich ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich spiele. Ich habe es auch, ich glaube, zwei Jahre war das das einzige Spiel, was ich die ganze Zeit rauf und runter gespielt habe. So, nee, aufheben können wir noch nicht, behandeln müssen wir uns, so. Jetzt sind hier die ganzen Leute eingetroffen. Geh mal da rein, du kannst dich schon mal sicherheitshalber mit einer Axt ausrüsten, mit einer Axt ausrüsten, die man übrigens aus einem Eisen, oh, na, dann haben wir ihn umsonst gerufen, aber lieber einmal mehr gerufen, als einmal zu wenig. So, naja, ist ja ein Laden, das sollte eigentlich schon offen sein. Na, es, äh, es ist, äh, wo war man jetzt gerade? Ja, jetzt hat mich die blöde Feuerwehr hier völlig aus dem Konzept gebracht. Na toll. So, der ist, äh, der ist transportfähig. Dann können wir ihn gerade hochheben. So, 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 so. Viertelstunde noch und wir haben noch zwei Fahrzeuge zu kaufen. Ah, 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 ah. Könnte, könnte ein bisschen knapp werden, dass wir dann noch eine Mission schaffen. Wenn das knapp wird, würde ich, glaube ich, sogar hier jetzt gerade mal in dem Let's Test eine Runde ein bisschen Geld cheaten. Das macht die Mission deshalb nicht einfacher, wenn wir hier im freien Spiel Geld cheaten. Weil sonst ist es ein bisschen schade, wenn wir hier, äh, jetzt wirklich ewig in diesem freien Spiel rumhängen und keine Mission mehr spielen. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde und so lange braucht eine Mission, ähm. Moment, ich cheate eine Runde. Ja, ich weiß, jetzt werden bestimmt ganz viele sagen, uh, du cheatest. Du bist so blöd. Ähm, 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 ähm. Uh, das ist, ah, äh. So, wir kommen nochmal zurück. Ich hab natürlich nicht bedacht, dass, äh, die Cheat Shortcuts auch auf den Fraps Shortcuts liegen. Ich hab jetzt hier grad alles fertig gemacht und hier ein Scheingeschäft mit dem Drogenkartell ist unsere nächste Mission. Das ist eine Computermission. Nun, das wird spannend. Es gibt keine Waffe. Drogenhändler sollen festgenommen werden. Um ein Drogensyndikat zu überführen, soll ein V-Mann zum Schein einen Koffer mit der neuesten Designer-Droge kaufen. Postieren Sie Ihre Einsatzkräfte unauffällig im Einsatzgipf. Okay. Okay. Der Countdown. Wir haben. In vier Minuten trifft der V-Mann den Drogenhändler auf dem Platz mit dem Brunnen. Bis dahin müssen unsere Einheiten in Stellung gegangen sein. Aber nicht zu nahem Treffpunkt, sonst platzt der Deal. gut, wir haben hier wer, äh, besessen Sie Sonderwagen sollen wir mehrere anfordern von mit mehreren Schützen. Ey, das ist immer so genau hier. Ich würde sagen, drei, vier Schützen mit vier. Moment, wir haben eins, zwei, vier, äh, vier. Okay, eins, zwei, drei, vier. Ausgänge, ja, okay. Gut. Links um den Platz, auf dem der Drogenhandel stattfindet. So, dann fahre ich eins hier hin. Ihre Einsatzkräfte sind zu nah am Treffpunkt. Sie können von den Zielpersonen entdeckt werden. Ziehen Sie sie weiter zurück. Gut, jetzt sind Ihre Einsatzkräfte weit genug weg. So, dann nehme ich hier oben. Achtung, in drei Minuten treffen die Drogendealer am Platz mit dem Brunnen ein. Postieren Sie Ihre Einsatzkräfte rings um den Platz. Riegeln Sie alle möglichen Fluchtwege ab. Ihre Einsatzkräfte sind zu nah am Treffpunkt. Sie könnten von den Zielpersonen entdeckt werden. Ziehen Sie sie weiter zurück. Fahrzeug drei, hört. Auf dem Weg. Dann müssen wir mit jedem Aussteigen. Einen Schützen ausrüsten mit der Straßensperre. Und diese hier rüberlegen. Die anderen ziehen ihre Waffe. Der auch. Und warten da. Gut. Der hier steht gerade draußen. Fährt da rüber. Wir haben noch zwei Minuten 13. Das sollte sich ausgehen. Er rüstet sich aus mit einer Straße. Geht hier rüber. Die anderen gehen hier hin. Sind wir soweit? Die Zeit bis zum Treffen wird langsam knapp. Gut. Jetzt sind Ihre Einsatzkräfte weit genug weg. So, jetzt hier. Fahrzeug drei, hört. Wird gemacht. Raus. Ja. Straßensperre. Also wenn im ganzen Stadt Straßensperren aktiviert werden. Das kommt auch mindestens im Radio. Das bekommt man doch mit als Zielperson. Aber egal. So. Dann hier noch. Ausrüsten mit Straßensperre. Wir haben noch eine Minute 24. Das sollte aber reichen. So. Jetzt müssen wir hier natürlich die darüber stehlen lassen. Da da sonst noch einer durchkommt. Genau. Hier unten sind die jetzt in Stellung. Das passt. Hier sind die in Stellung. Wir haben also den Leuten eigentlich nur diesen einen möglichen Fluchtweg. Und ja, da sind wir auch relativ schnell mit dem Fahrzeug. Ich hoffe einfach mal, dass es das nicht wird, weil das wäre sonst ein bisschen blöd. So. Ich deaktiviere mal hier die Ausweisung, dass ich keine Einheit mehr wo ich habe gar keinen Scharfschützen. Na, aber sie haben nur gesagt Schützen. Also scheinbar braucht man für die Mission und keine Scharfschützen. Muss ich aber mal schauen. hoffe ich jetzt einfach mal. So. Da 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 da. Da 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 so was und so. Also wir haben jetzt hier Einsatzkräfte rund um das und hier soll drohen die Stadt für das natürlich auch was. Aber irgendwie finde ich das hier gerade schon also hat das hier wird er kommt ja noch nicht mal hin zum Treffpunkt wenn wir hier alles zu machen das ist ja so 2 1 so wo 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 ist hier wer aber kommt ja mit dem Koffer und da kommt noch wer mit dem Koffer also hier ist jetzt eine Übergabe mit einem Schein ich finde es ja auch schon ich finde schon cool inszeniert hier alles so in anderen Spielen ist das nicht so gib dem das Geld, mach schon so, die zeigen sie jetzt oh da kommt, da kommt da kommt ein Hubschrauber wo kommt dieser Hubschrauber her der ist noch Fernsehen irgendwer muss dem Fernsehsender ein Tipp gegeben haben weg da, weg da oh nein, Einsatzkraft verletzt Einsatzkraft am Boden mit einem Aufklärer und einem Profiler sag, äh Aufklärer Profiler und einen Schützen nehme ich noch mit nehmen Sie die Drogenhändler fest und kümmern Sie sich um den V-Wann hier hin jawohl Fahrzeug eingetroffen und da schicke ich den RTW hin dieser Hubschrauber hier hat alles vermasselt den sollten wir eigentlich als erstes abschießen so, jetzt fahren wir mit diesen Moment, wo ist denn der? der ist hier der hat sich in dem Haus hier verbarrikadiert wo ist denn da der Eingang? hier, gut, dann fahren wir mal mit unserem MTW hier hin der RTW fährt noch rüber ja, das wird jetzt schon spannend hier hopp, 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 hopp steigen aus der Aufklärer macht auf so, sobald der macht gebe ich jedem Befehl den Profiler an das ist ein bisschen gefährlich was wir hier machen ehrlich gesagt aber mehr war nicht der Aufklag also in echt würde ich da schon ein paar Leute noch stellen und nicht nur die zwei so, die haben die haben Geißeln sofort alle Einsatzkräfte zurückziehen sonst stirbt die Geißel was gibt's? wir müssen alle zurückziehen hopp, hopp, hopp rennen aber, aber den dürfen wir schon da lassen, oder? was gibt's? wird gemacht ich hoffe jetzt mal, dass wir da sind das werden doch Unmenschen so, der ist schon transportfähig dann nehme ich den jetzt dieser Scheißhubschrauber so, ich hoffe jetzt der gilt nicht als Einsatzfahrzeug aber eigentlich sind wir ja jetzt eh fertig also heim, okay dann ist der auch weg jetzt fahr schon raus da oben so, jetzt schauen wir mal, was hier passiert ja, Moment mal, da kommen ja wohl so, ähm, wie macht man das jetzt? äh aber sie haben die Geißel freigelassen gut ich wette jetzt sie fahren genau da raus wo wir keine Straßensperröhre haben nein, sie fahren es sieht so aus, als würden sie nach oben fahren Moment ich aktiviere hier mal die Einheiten alle? alle? jawohl ach ja, es gibt weitere Opfer im Einsatzgebiet ja, holt Einsatzkraft unterbesteuert benötigen Verstärkung die hatten eine Waffe ich hätte die natürlich jetzt auch versuchen können festzunehmen aber da hatte ich jetzt nicht unbedingt die Lust so dann müssen wir das jetzt noch um Händler festnehmen und ab genau dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis die zwei Einsatzkräfte hier kommen wegen geht es ja beiden gut können wir eigentlich auch direkt abtransportieren hätten wir uns Geld für Notangssport egal so so, 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 so ja, wo fahren die denn jetzt sind? da war doch gerade schon hallo? äh und hier noch einmal abtransportiert das haben wir doch ganz gut hinbekommen hier, oder? ja, das so, der hier rein der A der A die gehen echt, die gehen hier auch schon automatisch hinwenden wusste ich gar nicht so, also ich würde ja eigentlich da noch Polizei mitschicken aber das das geht in manchen Mods muss man das sogar in der Polizei mitschicken zum Beispiel in der Winterberg aber hier scheinbar nicht huch ist es da noch ein Blitz da nein, wir haben doch beide da ist nur noch ein Fahrzeug was nicht so, so jetzt hätten wir hier natürlich auch schon die Straßensperre wechseln können aber was soll's so der erste ist gleich draußen und der zweite und ich glaube dann haben wir uns die Missionen hier gleich abgeschafft das war eine knifflige Sache als der Helikopter vom Fernsehsender plötzlich aufgetaucht ist haben sie die Übersicht bewahrt und sie haben sich bis zum Schluss keine Fehler geleistet sehr gut passt ja, dann haben wir das doch gerade also ich bin jetzt gerade zufrieden und wir sind jetzt bald am Ende bald sag ich hier extra hier so äh 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 10 äh ja, wir sind am Ende wir haben unsere unsere Stunde abgesessen die erste Stunde Let's Advent mit Emergency Fear danke fürs Zuschauen wer hier noch war ich hoffe euch gefällt die ganze Serie mir macht's auf jeden Fall Spaß und wir haben drei Missionen geschafft und ich hoffe euch gefällt das hier auch und hier wagt's gerade rum kurz bevor ich beenden will wunderbar auf Wiedersehen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Advent und zwar morgen am Sonntag am Sonntag am Sonntag mit am Sonntag wir sind am Sonntag